Hallo, wir wollen heute unseren Hörmann Homey Brain einrichten. Das ist unser Basiswürfel für unser Smart Home System für alle Hörmann Produkte. Natürlich ist dieses System auf andere Systeme noch erweiterbar, aber aktuell wollen wir uns um die Einrichtung unseres Homey Brain Basiswürfels kümmern. Und dazu brauchen wir natürlich einmal unser Smartphone. Das kann ein System sein Android oder auch Apple. Und selbstverständlich unser Hörmann Homey Brain. Und wenn wir damit starten wollen, verbinden wir uns zuallererst mit dem WLAN-System des Homey Brain. Und das habe ich jetzt hier schon einmal gemacht. Der Würfel ist entsprechend verbunden mit meinem Smartphone und wir können das Einrichten starten. Dafür müssen wir uns vorher einmal die Homey App runterladen. Natürlich die Hörmann Homey App. Und wenn wir die starten, bekommen wir sofort ein Pop-Up, was da heißt Homey Einrichten. Und da drücken wir einfach auf die Taste Homey Einrichten. Und wir werden nach der Homey ID gefragt. Dafür haben wir dann zwei Möglichkeiten. Einmal steht unsere ID hier unten auf dem Würfel direkt als numerische Folge mit Buchstaben. Wir können aber auch über die Kamerafunktion unseres Smartphones direkt den QR-Code scannen. Das tue ich jetzt einfach mal. Und dann scanne ich hier den entsprechenden QR-Code. Das hat funktioniert. Und wir bestätigen das Ganze. Dann müssen wir einen Benutzernamen eingeben. Dazu werde ich einfach mal, weil es sich ja jetzt nur um ein Beispiel handelt, meinen eigenen nehmen. Das ist für mich das Einfachste. Und natürlich ein Passwort. Dieses Passwort muss ich bestätigen und kann dann einen Benutzer anlegen. Mein Pop-Up sagt, weil ich jetzt der Chef des Homey bin, alles klar, Chef. Und ich sage, jo, alles klar und betätige die Alles-Klar-Taste. Dann kann ich meinem Homey personalisieren. Das bedeutet, ich vergebe ihm einen persönlichen Namen. Das kann irgendetwas sein. Ich nenne ihn einfach mal XY und vergebe ihm noch ein Icon. Und dieses Icon, das kann ich farblich entsprechend mir aussuchen. Weil ich, wenn ich mehr als ein Homey-Brain habe, kann ich ja noch einen zweiten oder dritten haben. Und dann kann ich das farblich sehr einfach unterscheiden. So, ich habe ihm jetzt auch ein schönes Icon gegeben. Und jetzt kann ich mich entsprechend in mein Netzwerk anmelden. Wenn ich mich in mein Netzwerk anmelde, in mein Home-Netzwerk zum Beispiel, dann suche ich mir natürlich mein Netzwerk heraus. Ich kann aber auch sagen, dass ich mich über Homey-LAN einwähle oder dass ich entsprechend zum Beispiel eine entsprechende Konfiguration haben möchte ohne Internet. Dann habe ich nur eine Stand-alone-Variante. Und hier wähle ich mich jetzt einfach mal in das System ein. So, ich habe mein Passwort eingegeben und dann sagt natürlich in dem Moment mein Homey, jawohl, du hast dein eigenes Netz oder wirst dein eigenes Netz benutzen. Und auf genau das gehe ich jetzt. Ich habe das einfach mal Bernd1 genannt. Und in dieses Netz wähle ich mich jetzt mit meinem Passwort ein und verbinde mich mit meinem Heimnetz. Wenn wir hier jetzt verbunden sind, habe ich die Möglichkeit, meine Geräte, die ich habe, Hörmann-Geräte oder auch wenn ich den Würfel erweitern würde, andere Geräte entsprechend einzurichten. Und das zeigen wir euch natürlich auch noch. Bis dahin. Bis dahin.